Ich weiß nicht, drei von drei Hebeln, ich weiß nicht, was wir jetzt genau gemacht haben. Aber vielleicht haben wir jetzt ein U. Wir haben uns ein U erarbeitet. Das ist ja U. Ah. Oh Gott. Der war gut. Holala. Holala, die Waldfee. Mist, das war in der Lava versunken. Gut, das U brauchen wir nicht nochmal holen, aber da hinten waren die ganzen... Ah, scheiße, ey. Ah, das ärgert. Ich hätte nicht zum Checkpoint gehen dürfen. Ich hätte nicht zum Checkpoint gehen dürfen. Das war der Fehler gewesen. Hier hätten sie noch die Münzen, oder nicht? Ja, genau. Achso, das... Achso, da hat er gespeichert. Ah, okay. Das ist nur die eine Münze, die fehlt. Okay, das hätten wir uns vielleicht auch sparen können. Ich glaube, das ist nur ein Zehner. Aber wobei, gerade eben war auch sehr hart gerechnet. Kann auch sein, dass wir den Zehner brauchen. Das ist gar nicht mal so einfach jetzt hier gehandhabt. Vor allem, weil man nichts sieht. Das ist auch gut. Okay, scheiße auf den Zehner da hinten. Ich versuche jetzt durchzukommen. Ansonsten können wir das nämlich nochmal machen. Und wir haben nur noch drei Leben. Also, ich versuche durchzukommen. Ich versuche durch das Ding jetzt durchzukommen und das war's. Ansonsten können wir das nämlich hier zehnmal machen. Und da habe ich keine Lust zu. Oh, der hat uns den Arsch gerettet. Das war doof. Oh, das ist aber auch hart. Ich möchte das nicht nochmal machen, bitte. Bitte, lieber Gott. Ich möchte das nicht nochmal machen. Ich will nicht alles verlieren. Wenn man wenigstens das, was man schon erreicht hat, behalten würde. Das wäre auch noch gar nicht mal so doof. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so eine doofe Handhabung gewesen. Was war das denn? Warum? Der hat uns runtergeschubst. Oh Mensch. Ja, wir sind raus. Oh Mann. Buggy, Spiel. Entschuldigung, Buggy. Ganz ehrlich, wir stehen auf den Ding rauf. Schieb. Hat uns einfach runtergeschoben. Richtig gut. Kann man auf jeden Fall als Spieler auch mal machen. Einfach scheiße sein. Oh, wir haben es geschafft, Alter. Ich glaube es nicht. Na. Oh. Oh. What the fuck, Alter. Oh, leck mich doch am Sack, Alter. Komm, verpiss dich, du alte Fickmuschi. Komm, hau ab. Oh Mann, ey. Ja, ich habe unsachbar viel Spaß jetzt gerade wieder heute. Wollen wir die Scheiße jetzt nochmal machen, ey. Kotz mir an. Kotz mir wirklich an. Vor allem das L, das kriegen wir nicht nochmal. Dann packe ich nicht nochmal hin. Lauf durch und dann mache ich die anderen Dinger woanders. Ich laufe hier nur durch. Ist mir egal. Ich suche mir die, ich suche mir die Kleeblätter woanders. Ist mir scheißegal. Sehe nicht ein. Sehe ich absolut nicht ein. Das sehe ich absolut nicht ein, dass das so läuft. Das, das, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, dass das so läuft. Also, oh Mann. Ich laufe nur durch hier. Ich scheiße aufs L, scheiße aufs B, scheiße aufs Y. Das ist mir alles egal. Ich scheiße auf die Münzen. Einfach nur durch. Einfach nur durch. Du schaffst es ja nicht anders hier. Ewig bei dem L rumbacken ist auch kacke. Weil da kommst du jetzt noch ein normaler Sprung, so wie ich das gesehen habe, irgendwie nicht hin. Zumindest wüsste ich nicht wie. Sagen wir es mal so. Zumindest wüsste ich nicht wie wir da hinkommen sollten. Bitte. 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 Wir können höchstens wieder versuchen, rüber zu backen. Wir können nur versuchen, rüber zu backen. Weil anders, ich habe keine Idee. Also von der Sprungweite her, entweder ist es aufs Millimeter genau abgerechnet, oder man schafft es nicht. Aber meiner Meinung nach schaffe ich es nicht. Also, so von der Sprungweite her, finde ich, schaffen wir es nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir es schaffen könnten. Ich versuche, mich da irgendwie hochzupacken. Nein, das kann ja nicht der Sinn dahinter sein. So. Das kann nicht der Sinn dahinter sein. Das ist hochbacken. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, wie wir es sonst machen sollten. Da er sich ja nicht festhält. Ich kann keinen Klammergriff machen. Ich... Das könnte man jetzt noch versuchen. Ah, okay. Ach so. Okay, gut. Wir müssen mit Schlag. Und nicht mit der Drehung, nicht mit dem Einbuddeln, sondern mit Schlag. Gut, dann haben wir es jetzt doch herausgefunden. Ich will alle Leben mitnehmen hier. Will ich unbedingt haben. Will ich unbedingt haben, das Leben. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir da hinkommen. Jetzt wissen wir ja wenigstens, wie wir da rüberkommen. Die andere machen wir gleich fertig. Lucky, du hast dich früher mal festgehalten. Ist auch nicht mehr so ganz deins, ne? Hallo? MC Lacko-Boy. Dankeschön. Können wir nicht wieder zurückdrehen, den Hebel? Das heißt, wir können jetzt das Zeh nehmen. Und so... Und weiter. Und zurück. Oh Mann, aber ich ärgere mich immer noch so übelst drüber. Das war auch gerade extrem ärgerlich. Das war doof. So, wir haben das Zeh. Und weiter. Okay, das war... Okay, schwitzige Hände. Schwitzige Hände incoming. Oh Mann. Oh, jetzt war es ein bisschen entspannter gewesen. Weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, weil wir wussten, was auf uns zukommt und wir ein bisschen gebackt haben. Aber... Und du hast es weit gebracht, Knirps. Doch ich kann deine Einmischung nicht länger dulden. Hier wird deine Reise enden. Wir sehen uns bald, Lucky. Das ist doch eine Falle hier. Das war keine Falle. Ich dachte jetzt wegen den Münzen und sowas. Das ist doch eine Falle. Das ist eine Falle. Warte mal, erst mal die drei Münzen. Die spawnen sonst weg. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier gerade abgeht so. Oh, die Münzen kriegen wir nicht. Oh, hier ist ein K. Na, Gott sei Dank sind wir hier oben lang gelaufen, wa? Na wirklich, Gott sei Dank sind wir da oben lang gelaufen. Das hat uns das K beschert. Hey, was geht? Kommt dir das bekannt vor? Oh. Ah, klasse. Wir laufen denselben Weg. Okay. Hilfe. Kommt dir das bekannt vor? Hallo? Hilfe? Da können wir nicht lang. Ich will gleich mal ganz unten lang laufen. Tut sich nichts. Jetzt sind wir weiter, ja. Okay. Also mussten wir ganz unten lang laufen, sonst wäre das nichts geworden. Na, wie viele haben wir? 186. Ich will aber eigentlich da hoch. Da oben war noch ein... ein Teil. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja. Wir kommen hier nochmal zurück. Gott sei Dank. Da oben war nämlich ein... von der in die Falle gelockt, weißt du. Yeah. Wir haben die 300. Wir haben die 300 Münzen. Aber wir sind bestimmt wieder... Kommt dir das bekannt vor? Dein Abenteuer hat ein Ende. Ja, das heißt, dass ich weiterkomme jetzt, oder? Nein. Nein, das heißt, dass wir jetzt hier, glaube ich, immer noch festhängen. Was ich an sich eine echt coole Idee finde. Aber ich glaube, die Lösung ist immer ganz unten lang laufen. Ich bin mir nicht sicher. Uns fehlt noch das Y, oder? Das ist neu. Und da ist auch das Y. Sehr geil. Das Y gehabt. Und das Letzte. Sehr schön. Alle... Kleeblätter. Sehr nice. Haben wir gut gemacht. Haben wir wirklich gut gemacht. Muss ich einfach mal ein lobendes Wort an uns aussprechen. Haben wir gut gemacht. Wir haben alles bekommen. Alle Münzen. Alle L's und U's. Und C's und K's und Y's. Und alle Lookis. Lookis vor allem. Mit Doppel O. L-O-O-C-K-Y. Lookis. Nur noch vier Kleeblätter fehlen uns also. Oh, da ist da noch eine Welt. Da ist noch eine Welt, oder? Und was ist das? Da ist noch eine Welt. Okay. Wenn da noch eine Welt ist, dann ist er in Ordnung. Sehr schön. Da ist noch eine. Aber vorher gucken wir noch mal, was das da hinten war. Ich glaube, das war hier, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ne, das war nicht hier. Wo ist das Ding gespawnt? Unser armer Bürgermeister. Er war so stolz auf sein Glühen. Auf das und sein Schnurrbart. Jinx korrekt. Wo war das? Fuh-Badu. Fuh-Badu. Was hier? Wo war das? Verdammt. Ich hab's gefunden. Hab's gefunden. Ist das ein Rätsel? Oh Gott, wenn's ein Rätsel ist, hab ich Angst. Das ist Miniatur, oder ist das wieder so ein Buddellauf-Ding? Wir müssen nur das Ende erreichen. Mehr nicht. Nur das Ende. Mehr ist das nicht. Es ist ein Buddellauf-Ding. Jetzt hat's funktioniert. Aua. Er wollte den Doppelsprung nicht machen. Schon wieder. Er wollte den Doppelsprung nicht machen. Boah. Das war knapp. Ich bleib mal in der Erde. Das war ein sehr dumm gemachter. Ich wollte... Ja. Das war leider ein sehr dummer Doppelsprung. Der Doppelsprung will er manchmal nicht, hab ich das Gefühl. Da springt er nicht über die Sachen drüber. Komm schon. Zack, zack. Von der Geschwindigkeit her haut das genau hin. Ja, so wie das hier. Guck, tuck, 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 tuck. Mal gleich wieder rein. Das sieht immer so verdammt knapp aus. Ich bleib hier unten. Sonst haut uns das Ding weg. Hier die Münzen sammeln, ist ja sowieso völlig irrelevant. Okay, ich weiß nicht. Wir sind irgendwie... an einem Weg abgewogen. Wir haben's wieder. Ah. Oh. Das Ding kommt uns doch gleich hinterher. Au. Das war doof. Da hab ich mich auf das eine Ding konzentriert. Naja, egal. 240 Punkte. Wir haben nicht alle Münzen bekommen. Aber wir hätten ja sowieso kein weiteres Kleeblatt bekommen. So, ich glaub, das war unsere allerletzte Buddelwelt, oder? Kann das sein, dass es unsere allerletzte Buddelwelt war? Aber das heißt, wir haben ein weiteres Kleeblatt. Mit diesem weiteren Kleeblatt kommen wir der 80 einen ganzen Schritt näher. Und zwar, wir brauchen nur noch drei Stück. Und diese drei, die sollten wir doch garantiert hier in... Yings Konkurren... Korrekturen... Meine Güte. Yings Korrekturen bekommen. Bin ich mal gespannt. Da kriegen wir doch drei Stück hin. Wir können eine ignorieren. Alter, dann haben wir 80. 99 schaffen wir eh nicht. Hab ich auch gar keine Lust zu. Das ist ein Minimum, sag ich mal so. Wobei diese Level hier echt Spaß machen. Ich dachte schon. Ich dachte schon.